Hi Leute, ich grüße euch. So ich habe hier vor mir zwei Grafikkarten, die ich sauber also reinigen möchte, welche natürlich auch testen und ein bisschen belasten, bännischen oder so, mal gucken, zocken vielleicht und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ab 19 Uhr mit dabei seid. Ich weiß, es ist wieder kurzfristig, aber das ist halt noch mal so. Also bis nachher. Ciao, ciao.